Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, wir sehen, das Orkan-Tief Zeynep ist über Europa gefegt und damit natürlich auch über Deutschland, der Schweiz und Österreich und es hat ordentlich Schaden hinterlassen. An erster Stelle wollen wir natürlich hoffen, dass es so wenig Tote bzw. Verletzte wie möglich gibt. Ich glaube, es hat eine gute Aufklärungsarbeit im Vorfeld stattgefunden, sodass die meisten Leute zum Glück schon zu Hause waren, als das Ganze angefangen hat. Ja, die letzten 24 Stunden waren komplett überschattet von diesem Orkan-Tief und wir haben natürlich auch mal in Social Media das Ganze durchforst und haben uns die spektakulärsten und krassesten Videos hier rausgesucht. Also wir haben sehr viele umkippende Bäume, wir haben Videos von Autobahnen, wir haben Videos von Trampolinen, die durch die Gegend fliegen, wir haben Videos von Flughäfen in der Schweiz und wir haben Videos, wo das Bitburger Bier oder die Bitburger Brauerei auch mit involviert ist. Deswegen wünschen wir euch schon mal eine spektakuläre Videoreihe. Ja, wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass so wenig Menschen wie möglich etwas passiert ist, aber trotzdem hier als Zusammenfassung das Ganze mal. Deswegen geht es jetzt los. ... ... ... Bautet! Bautet Bautet Groot Awww Tadak Tadak Bauteta expecting nothing from the bus Bis zum nächsten Mal.